So, nun einmal ein richtiger Schmankerl, und zwar FKB Kölner, die doppelte Nummer, aber mit Red Lantern von Feistl und das Beste ist noch C-Böller, also 485 heißt C-Böller, sind aber die Böller, hier mal der Böller, auch mit dicken Red Lantern, ganz dünne Visco, vorne und hinten zugestopft, mal schauen ob die auch funktionieren, vielleicht haben wir noch einen zweiten. Na ja, so gut liegt aber, das geht, sind wir noch einen zweiten, das ist der Dächter. Mal sehen, dass die Böller ist, natürlich auch schon gemeinsam, ein paar Päsen. Ich habe ein paar Pässe.